weh also langsam so richtig schnell auch ok was gibt es denn jetzt gibt es hier überhaupt irgendwas relevantes wenn wir schon so einen haufen komische gegner stehen die sie alle gegenseitig töten vielleicht spawnt ihr auch später nach man hätte hier schon die scavenger früher töten können ich glaube nicht so ich habe einen fisch gefunden hat sich gelohnt ich habe einen fisch gefunden so was haben wir da liegen obsidianbrocken was ist denn obsidianbrocken überhaupt ist das so die bessere oriente des erzes wahrscheinlich total selten und wertvoll und ich freue mich nicht weil wahrscheinlich nicht einfach nur müll vermutlich entscheiden welchen zauber man nehmen will da liegt noch mehr ich habe hier einfach den zauber reingeballert einfach rein einfach alles reinwerfen was man hat passt schon im zweiten fall reinwerfen bis alle so was war denn da unten für ein geleuchter noch ach das ist der hafen gut aber da oben komme ich zur mine ja da ist auch dieser komische turm also ich nehme an dass das die mine irgendwo ist da komme ich nicht rein weil ich das passwort schon bin ich kenne jura war das jetzt alles so reichlich bis hin sinnvoll so schön sowie spreu denn jetzt noch hering zähl glaube ich nicht als fisch ich habe pilze gefunden so was so fisch 54 also 46 fisch halt 46 fisch 46 fisch 46 fisch brauche ich dann 46 fisch 46 fisch ich weiß immer nicht wo ich die überhaupt kaufen kann die händler hacken ja so viel nix schon mal sehr dünn das angebot bei ihm hier und sie hat da glaube ich auch nix ne Ich habe auch nicht gar keinen Fisch. Der Fisch ist eine Lüge. Gibt es Fischkuchen? Hmm. Klingt irgendwie ein bisschen ekelhaft. Fischkuchen. Beißklaube ganz komisch in Fischmilchsuppe. Fällt mir ein, ich muss den Typen da oben auch langsam mal Elimination tun, ne? So, dass wir schon das Tier sehen. Kleiner Feuersturm. Ach so. Nee, gibt es doch alles nicht. Performance. Na warte, du dreckiger D... Und so bin ich die auch mal los, damit ich das nicht irgendwann mal vergesse. Ich würde einen Speer ziehen. Ach, fick dich doch. Ach, das funktioniert nicht. Ich müsste das irgendwo hinweglocken, aber... Ich könnte den anderen gleich mittöten, aber... Der hat einen Namen, ich hasse, dass wir den Namen haben. Warum kannst du nicht ein namenloser Niemand sein? Ich habe auch keinen Namen, ich meine... Aus Frust erst mal klauen. So eine Kranke bei mir, ich klaue immer aus Frust. Wie hinter dir liebes? Nein. So, Klappmuscheln. Warum hier die Sache noch schön? So. Äh, die haben keinen Fisch verkauft, glaube ich auch, ne? Ähm, hallo. Nee. Nee, nee, nee. Ich weiß halt nicht, ob ich die nochmal brauche, ne? Ich hätte dem anderen den richtigen Husten dran geben sollen. Das war schon reichlich sinnfrei. Weil du bekommst aber kein geiles Zeug. Eigentlich die Lagerarbeiter. Da muss ich noch aufstehen, hä? Dann hatten wir hier nicht einen Lagermeistertyp in den Kerl. Dem Kerl im... Ja, das war der mit dem Hut, ne? Ja, ich glaube, ja. Hallo, Lagermeister. Äh, wieso habt ihr alle hier keinen Fisch? Was ist das für ein Ficktes Problem? Was ist das für ein Scheiß? Achso, der schleift ja noch. Ich dachte schon. So liegt denn da eine Laiche rum, habe ich mir gedacht, aber... Alles gut, alles gut. So, jetzt habe ich aber alle Händler hier durch und ich habe kaum Fisch gefunden. Das ist schon ein bisschen ein Scheißer, der Hafen. Hatte der Händler da noch Fisch? Nee, ja, nee. Nee. Ich könnte angeln, aber ich glaube, angeln bringt es ja auch nicht. Da hast du auch keinen Fischklopfen, ne? Täuschen, dieser Hafen. Ich brauche immer noch einen Topf. Ist auch hart. Okay, ich brauche einen Topf und noch irgendwie... Weiß mal, 38 Fisch oder so. Äh, sind natürlich alle Händler schon weg. Ach, ist alles zum Kotzen. Ich habe es. Es ist so ein Glück, dass du einen Namen hast. Kurz gucken. Nee, ist überhaupt kein Problem, dass ich den Seemann entnüchtert habe. Äh, nicht, 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 nicht. Ach, was rum. Ja, mit Decks. Ja, wo gehe ich denn jetzt um die Uhrzeit Fisch her, sag mal. Er hat einen Namen, ist auch mal schlecht. Er hat hier nicht irgendwo der Künstlertypi gewohnt? Den muss ich auch mal reden. Ich möchte gut, Sie werden sie wohl einrichten können zwischen Kaffeeklatsch am Vormittag und dem Hausputz am Nachmittag zu einer anderen Zeit in die Bäckerei. Äh, Fisch, Künstler, Dinge. Ah, ich habe den Künstler schon mal gefunden. Der ist halt noch nicht da jetzt, ne? Geht wahrscheinlich saufen, ja. Das Künstler geht mir um die Uhrzeit saufen. Hallo. Ich wollte mich von Anfang an nicht setzen. Habt ihr noch ein Buch, das ich mitnehmen kann? Nein. Die sind angeklebt, die sehe ich schon. Die Hälfte, alle Sachen sind ja angeklebt. Oder eher schon zwei Drittel. Was soll das? Was soll denn das? Verkaufst du Fisch? Nein. Magie habe ich überhaupt noch, ja, über die Hälfte noch. Über die Hälfte noch. So, über die Hälfte, oder? Über die Hälfte, oder? Über die Hälfte, oder? So, ja. Knapp, aber drüber. So. Hinten ist auch ein Topf, ne? Stimmt, da ist auch ein Topf. Lass uns mal zum Topf gehen, und dann... Muss ich immer noch den Mann von der anderen finden. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich habe mal wieder keine Ahnung, wo der ist. So, Fisch. Wie viel Fisch brauche ich noch? Ich habe schon wieder vergessen. Wenn wir gerade schon da sind. Schaut gerade keiner. So, hier liegt einer. Ich habe die Rekruten besoffen auf dem Boden. Einfach keine Moralen mehr, diese Truppe. Auch kein Fisch. Überraschenderweise hat der Schmied keinen Fisch. Ich habe... Der Korderhinter hat auch keinen Fisch. Ein bisschen belasten die alles. Amadeus hat auch keinen Fisch. Halt mal, wer bist du denn? Ey, sieh da. Bleiben Sie mal stehen hier. Hallo? Bleiben Sie stehen? Warte mal. Die Würfel sind fertig. Da hast du sie. Ich habe zu danken. Okay. Jetzt kannst du wegrennen. So, ich brauche immer noch Fisch. Fisch, 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 Fisch. Hast du Fisch, 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 Fisch? Du hast nur Kleidung, ne? Ich brauche doch Fisch, 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 Fisch. Ich brauche mal eine Endbehinderung im Kopf. Ähm, hallo. Was machst du denn, Fisch? Sag mal, ist doch nicht wahr. Ich will doch nur scheiß Fisch kaufen. Ähm. Und nicht in der Theke festlegen. Okay. Kein Fisch. Kessel. Hm. Lass mal hier rühren. Und wir rühren uns ein Dunkelpilz-Ragout. Ein Dunkelpilz-Ragout ist jetzt wieder weiß. So habe ich das überhaupt ausgewählt. Keine Ahnung. Machen wir weg. Äh. Ähm. Ja. Das ist natürlich. Also gleich hier. Hm. Eintopf. Ah. 38 brauche ich noch. Äh. Warum habe ich denn das noch nicht gegessen? Ähm. Ich soll vielleicht mal alles durchgehen. Ich möchte, dass ich noch mehr habe, dass irgendwas erhöht. Bonus für Maximal ist es ja. So nochmal plus 10. Ich brauche noch 38 Fisch. Also ich habe da einen normalen Gulasch. Heringzell wahrscheinlich nicht. Ich habe einen Eintopf. Aber den starken Eintopf, der da rum lag, mal irgendwo habe ich ihn nicht. Ja, das ist ja noch diese Pillezellers. Die werde ich wahrscheinlich irgendwann so fressen, weil ich einfach viel zu viele Mana umsetze, als dass ich noch irgendwas anderes damit machen könnte. So, aber ich brauche noch. Ich brauche noch Fisch. Immer noch. Rekruten liegen hier auch nur besoffen am Boden rum. Schlimm mit denen. Schlimm, schlimm. Hätte es früher ja nicht gegeben. War noch ganz andere Zeiten. Oder so. Keine Ahnung. So, wo könnte man denn hier noch Fisch finden? Das ist der Schreiner. Ich glaube, der hat wahrscheinlich Fisch ohne Ende. Das wäre lustig. So, waren hier nicht noch Händler? Hier schon mal nicht. Hier schon mal nicht. Und da? Erstaunlich wenig Fisch. Für eine Waffenhändlerin. Ich brauche doch noch Fisch. Heiko. Kann nicht so schwer sein, hier Fisch zu bekommen. Es ist scheinbar so schwer, Fisch zu bekommen. Hm. Ich wollte doch nur Fisch haben. Wer könnte noch Fisch haben? Wo finde ich denn um die Uhrzeit? Äh, Goldschmier hat wahrscheinlich auch keinen Fisch. Unten vielleicht noch? Hm. Kann ich denn hier noch den Schlüssel flauen? Nee. Ich weiß nicht, ob ich die Lage ausmache irgendwie besonders. Oder kann ich auch einfach... Äh. So, haben wir da dann mit Dex. Dex, könntest du mal weggehen, bitte? Der hat einen Turmschlüssel. Aber der hat wahrscheinlich auch keinen Fisch. Wo solltet ihr denn Fisch haben? Aber hier 53 Stärke. Ähm. Hier haben wir da jemanden von euch. Das ist der Bäcker. Sollte der Bäcker Fisch haben. Aber hier hat irgendwie niemand Fisch. Was ist das für ein Unsinn? Hey. Hey. Verdammt, was ist los? Wir haben mich eigentlich nicht... So, ne. Hm. Dex. Äh, so, was bräuchte ich da? Ich bräuchte einmal einschlafen und einmal vergessen. Nämlich, äh... Ich guck mal kurz. Angst zu sprinten, also... Vergessen habe ich schon mal. Ich habe auch Schlaf. Dann schläfe ich ihn ein. Ähm. Er schläft, dieser, wirklich. Der Fuck. Was läuft denn bei den Wachen hier falsch? Nur so, kurze Frage. Ähm. Hallo? Äh, hallo? Okay. Der Fuck. Was haben die Wachen hier für Probleme? Okay, das wird ein X so. Dann steht er da. Ähm. Zu lange, nehme ich an. Beide stehen da wahrscheinlich viel zu lange. Dex, könntest du mal weggehen? Oh, nee, habe ich noch. Schlaf. Hat sehr gut funktioniert. Ich könnte ihn hier einfach umbringen, aber das ist halt auch wieder so. Er hat halt einen Namen. Das mache ich so ungern, Leute umbringen, die einen Namen haben. Die könnten auch irgendwann wichtig sein. Scheiße ist es nicht, aber... Was ist denn der Meister? Nicht da ist er. Ach, geil. Aber Dex ist da, ne? Ja, natürlich. Ist hier überhaupt noch irgendwas? Oh, nee. Oh, nee. Oh, doch. Hier ist noch Zeug. Ähm. Ähm. Dass ich auch nicht mitnehmen darf. Hm, hm. Wo kriege ich noch Fisch her? Ja. Ich könnte bis zum Morgen schlafen. Es mangelt mir so ein bisschen alternativen Ideen. Halleluja, da ist ein Apfel. Da ist ein mittelständischer Bürger. Was ist der buenos KörleHI, Gas? Himmelia, dansås Agriban.